Herzlich Willkommen in der Bodensee Laser Klinik. Mein Name ist Dr. Martin Braun. Wir sind die Spezialisten für Ihre Haut, aber auch für alles, was darunter liegt. Wir vereinen in unserer Klinik das gesamte Spektrum der Dermatologie und der Laserbehandlungen. Deshalb können wir Ihnen auch maßgeschneiderte Therapien anbieten. Dies betrifft Hauterkrankungen, aber auch Allergien, sanfte Hautkrebsbehandlung mit, aber auch ohne ambulante Operation, Venenerkrankungen einschließlich Hämorrhoiden und alle Laserbehandlungen z.B. für Enthaarung, Flecken, Hautmale und Blutgefäße. Und nicht zuletzt das gesamte Spektrum ästhetischer Behandlungen. Das war die Änderung nicht nur in der Wanten protein zu bekommen, denn wie jetzt hier das Ganze不會 ist, ich weiß Herr Klamine oder determine das Netzwerkzen, coverage ist testosterone. Vielen Dank.